Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Payday 2. Hallo. Wir machen hier schnell einen Auftrag, wie wir leben, im Stealth-Modus. Diesmal aber definitiv. Ich hoffe es auf jeden Fall. Rosini sollte sich jetzt auch langsam mal bewegen, dass wir hier diese... Da ist ein ATM, den löse ich zum Schluss. Ja, wenn jetzt ein paar Unternehmen sonst wieder einen Geballer gibt wegen diesen Vollidioten, wo ist hier... Fragezeichen, fickt euch! Die retten hier mit 75er Rüstung rum. Oh ey, wenn ich's wegen gehen, verkacke ey. So. Da ist eine Kamera und da ist keine Kamera. Ich hab wieder mal Glück. Ja, komm, fickt euch doch ins Knie ey! Wo sind die der Hals wieder? Wir sind im Schienerladen. Ich setze die Hals wieder auf. Ich muss das Ding... Okay, let's roll. Jim, who's there? Ja, ja, da ist great. Da, 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 da. Na toll, ja, es ist... Okay, no, class, seems fine. Da ist die Hals. So, wie weit bist du eigentlich? Warte, ich bin gleich so weit. Bei mir im Laden ist okay, da ist niemand. Mir ist einfach da. Jetzt hat jemand angerufen, bei dir im Laden. Nein, die sind unter Kontrolle, die sind unter Kontrolle. Ja, bis jetzt gefesselt. Dann zieh sie weg, zieh sie weg. Ganz kurz, ist das nicht der Nächste anstehende? Ah, ein Haufen Leute auf der Strasse. Alle unter Kontrolle bleiben. Okay, ist gut, warte, warte. Nein, er hat die Kamera ausgelöst. Da sind die Kontrolle durch. Okay, 300.000 Punkte, man ist sicher, wenn andere Medizinställe machen können. Ja, das ist mal höchst. Dann kann ich das ja nicht so nehmen. Oh, 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 oh. Ah, ein Haufen Leute. Ich glaub, dass die vier Fett waren. Das ist ein Haufen. Ja, es ist wirklich zu kotzig. Gut. Also das Nächste, ne? Also ich stehe 15 draußen, muss man sagen. Äh... Oh nein, ich zeig schon. Dann kam der ja schon. Ähm... Ich geh mal schnell hin. Hab ich gedacht, ja, aber komm. This close fucking work was. Alleinander. Boah, das sind doch so was von vollem Boden, ey. Also das nächste Mal werde ich die Einstellung ändern. Und dann sehen wir... Äh, gehen nur Freunde rein. Ja. Weil das ist wirklich die größte Scheiße, der rennt mit der 65er Rüstung. Und es wäre kein Problem aufs Self zu machen. Nein, also... Weil 600.000 sind jetzt aufs Self. Oh, Scheiße, Alter. Das ist mir aber quasi nützlich. Aufstehen. Nicht AU! Was zur Hölle? Wer ist denn hier? Kinderlein? Ja, dann woher? Alter, wieso kommt die Schauspielerin? Ja, genau. Die anderen hält die hier? Ja. Hey, ich hab doch gerade den Bohrer hier. Ja, ich hab den noch gekümmt. Ich hab den Bohrer, weil er kann nicht schmecken werden. Äh, hier drüben hatte ich noch... Das ist gar nicht erst noch geschlossen. Nein, so zu küm, haben wir noch... Nein, also zu küm drauf, so zu küm. Alter, das ist doch so an. Das ist hier. Geht raus, wenn du bereit bist. Du wirst warten. Waaaaaah! NINJA! Im App Store, im App Store, im App Store! Woah, schau dir das an! What the hell? NINJA im App Store! Ich kann nichts machen, Alter. Ich bin... Hier ist ein Armada von diesen Juggernauts. Flucht möglich. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Der soll abhauen! NINJA im App Store! So eine Kacke, Alter! Mir wird aufge... Ja, hilf mir doch mal! Hilf mir doch mal! Dankeschön! Hau ab! 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 Du kannst aber wenigstens am Wagen warten, vor dem Wagen, bis ich zurückkomme oder wenn es zu Wiener kommt, dann kannst du immer noch einen Schritt zurückgehen. Ich kann dir jetzt einfach in die Fresse halten, wenn du dich vor den Wagen stellst, vor dem Wagen, kannst du warten bis ich zurückkomme. Und wenn zu Wiener durch das Tor kommt, kannst du immer noch in den Kreis reinrücken und bist sofort safe. Dann kriegen wenigstens alle ihre Punkte. Verstehst du? Ein kleines bisschen Teamdenken. Nein, bleib dort am Wagen, bleib dort am Wagen. Das ist die Geisel. Lass das Scheiße, nein, die meinen die Geisel. Hör ab. Hör einfach ab. Von hinten kommt nämlich nichts, so passt ein genauer Einblick. Wenn was loskommt, kannst du immer noch flüchten. Dann kannst du dann so ein bisschen warten bis bis hier. So. Ho. So. Geh! 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 Hey, geh! So, Erfolg! Let's go to Vlad for the money! Good job getting your gang through that little mashup! Ah, shit! I know you are a man of steel! Thank you for setting the balance! Russians, now aware of Vlad again! 13.000, over 13.000... Like a very angry bear! Hast du auch nicht... Denkst du nicht auf hier? Ja, natürlich nehme ich auf! Weil du hast... Man hört gar nichts! Na, super! Nochmal? Sorry, das Mikro war ein bisschen anders gestellt heute... Hast du eine Aufnahme abgeregt? Magst du? Äh... Nein, ich hab dich glaube ich laut genug angebrüllt. Das müsste dann... Natürlich hast du doch gesehen! Klar kommst du irgendwann zurück! Weißt, wie oft ich schon over... Das ist echt Stau, ne? Scheiß da auf die Cola, Alter, ich will die XP! Weiter zur Lobby! Äh... Klar kommst du irgendwann zurück! Mach nochmal eine Overkill! Aber jetzt, jetzt... Warte! Oder wirst du beide... Ja, die geht... Der eine geht raus... Den anderen will ich auch raus haben! Der ist im Inventar! Dann geh ich ganz raus und du joinst mir noch! Und... So... Vier Läden! Hier! Super! Vier Läden! Overkill! Ich habe Geld von 4 Storien auf Maple Street! Mein steigendes Income! Wow! Modifizierung! Ähm... Das sollte... Jetzt natürlich... Dann hoffentlich auch funktionieren... Dass wir hier... Also im Lebensmittelladen ist einer drin... Jawohl, den hole ich mir! Den hole ich mir zuerst... Und der andere ist... Auf der... Aber den drehen da vorne, dann kann ich nicht auf Stealth machen! Trasse! Ja, 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 ja! Wir müssen jetzt wirklich extremes Glück haben! Du musst dann einfach, wenn ich da hoch... Wenn ich da rauskomme, musst du einfach die Leute in Schach halten! Da wird die nicht... Da wird die nicht anrufen! Ähm... Ja, wird noch relativ schwierig dann! So, oder im Lebensmittell... Kommen wir schnell mit in den Lebensmittelladen bitte! Ja... Und du setzt ja auch automatisch die Maske auf? Nein! Nicht? Nein! Nein! Ah ja, erst mal dann! Time to go get flat money! Das ist sehr gut! Warte, mach los! Jo, das ist gerade sehr gut hier! Mach los! Mach los! So! Bereite Maske vor! Let's rock and roll! So! Mach deine Automaten da! Jo! ECM Störser Referent! Das ist genug für Vlad, um zu glücklich zu sein! Okay, dann... Jetzt müssen wir warten! Du wartest! Ich bin ja noch nie entdeckt! Achtung! Jetzt kommt so eine Muschi rein! Ja, die sieht mich nicht hinter dem Teil! Scheiße! Die sieht mich! Fuck! Schnell! Leise! Ja, kannst du sie so aufhalten? Ja, kannst du sie so aufhalten? Mach die Maske auf, wenn du sie anfangen willst! Das ist... Das ist noch ein Ausrufezeichen! Da ist noch ein Ausrufezeichen! Wo? Da hinten! Da! Die kommt rein! Die kommt rein! Da! Geh runter! Warte, ich fesse dich schnell! Okay, der... Hat sich jetzt... Hingesetzt... Okay... In einer Minute ist der da! Okay... Oh oh... Da vorne ist eine Kamera... Jetzt... Hat sich, glaube ich, die Muschi... Jetzt sollst du auf die Muschi gehen! Jetzt ist es vorbei! Kamera! Da oben! Muschi! Wer ist denn da noch? Wer ist denn da noch? Kamera! Über dir! Vorbei! Gut! So, jetzt... Hol den APN draußen und dann... Dann hau' wir weg! Ja! Mach los! Oh, ich leck, Alter! Ich leck! Ich guck mal, dass ich hier vielleicht noch ein paar... Kassen ausrauben kann! Wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Wo bist denn du? Ja... Ja, ja! Da, dann! Ja, geh! Ja! Ich gehe. Ich gehe schon... Alter, ich.... Ich kann mich nicht bewegen... Geh! Ja schön. So macht man das. So macht man das. So macht man das. Funktioniert natürlich nicht auf selbst. Ähm, in dem Sinne. Komplett, ne. Ganz sicher nicht. Äh, aber, ja, also von daher ist es ja auch okay. Okay, erstmal. Und du hast keine 14.000 Lapps? Ja, bin ich, bin ich auch mal ganz froh. Also ich hab ne Reduzierung gekriegt, warum auch immer. Nein! Nein! Oh man ey, das ist so gemein. Das ist so gemein ey. Ich hatte gerade sogar ein Level-Up. Schön. So schön. Aber mir fehlen 1.300 Punkte. Geld, Geld. Und? Was hab ich gekriegt? Ahhhh. Waffen. Oh! 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 Geil! Langer Lauf, das ist für meine! Oh! Oh! Langer Lauf, das ist für meine! Oh! 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 Okay. Äh, es ist... Es ist jetzt keine allzu lange Folge gewesen. Äh, wir sind jetzt bei 16 oder 17 Minuten. Ja. Aber wir machen trotzdem für jetzt Schluss. Ähm. Wir wissen ja jetzt, wie man relativ schnell und einfach da mal kurz hochleveln kann, wenn das mit den ATMs dann immer klappt. Ja. Ähm. Und ich glaube, es ist dann auch interessanter, wenn wir dann ein paar neue Fähigkeiten erlernt haben, ne? Ja. Ganz klar. Dass wir dann auch mal so ein bisschen was Neues zeigen können. Ähm. Ähm. Deswegen, wir spielen auch nebenbei ab und zu so ein bisschen offline. Ähm. Ähm. Ich zum Beispiel nach der Arbeit, wenn ich mich noch ein bisschen runterbringen will, äh, ist das eigentlich immer ganz, ganz nett. Und man, ähm, trifft auch manchmal sehr nette Menschen. Ja. Mit denen man, mit denen man sich, ja, mit denen man ganz nett spielen kann. Es gibt natürlich auch andere, die dann, ja, das Spiel sehr, sehr ernst nehmen und, äh, ja, andere Leute dann anfangen wollen zu beleidigen, weil sie, keine Ahnung, selber scheiße bauen. Aber egal. Ähm. Ähm. Wir haben Spaß am Spiel und wir ziehen das jetzt auch weiter durch. Also, für diese Folge aber Schluss für heute. Ciao, ciao.